Hallo Radfreunde, ich melde mich auch mal wieder. Heute ist der 27. September, 24. Richtig Herbst heute. Der erste, ich hoffe man versteht dich bei dem ganzen Wind, der erste richtige stürmische Herbsttag. Und ja, wir fahren jetzt durch das Versmolderbruch und gucken mal, was es da so im Sturm zu sehen gibt. Seid dabei, viel Spaß! Ja, heute ist es richtig stürmisch, bis 70 kmh Wind angesagt. Und jetzt fahren wir wieder voll rein. Ihr werdet es jetzt hören. Und jetzt fahren wir wieder. Und jetzt fahren wir wieder. Hier habe ich jetzt gerade meine ruhige Stelle erwischt, wo nicht so viel Wind geht. Es ist heftig. Ich fahre auf Stufe 2, aber mehr als 20, 21 schaffe ich gar nicht. Und das trotz E-Bike. Höher schalten möchte ich auch nicht, weil der Akku nicht mehr ganz voll ist. Und ja, aber es macht wirklich Spaß. Ein sehr schöner Herbsttag. Gut, weiter geht's. 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 Musik Musik Hier sieht man richtig, wie es stürmisch ist. Ich bin gerade auf dem Versmolder Aussichtsturm. Hier braucht man nicht viel sagen, man versteht sowieso nichts. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.